Mein Name ist Elke Büdenbender. Ich bin Richterin am Verwaltungsgericht in Berlin. Bevor ich Jura studiert habe, habe ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Nach der Schulzeit war mir klar, dass ich etwas lernen möchte, womit ich später meinen Lebensunterhalt aus eigener Kraft bestreiten kann. Ich hatte dafür einige starke Frauen in meiner Familie, die mir das vorgelebt haben. Während der Ausbildung bin ich in die Gewerkschaft eingetreten. Ich wollte mich für andere engagieren und für Themen stark machen. Dort habe ich wieder Menschen kennengelernt, die mich inspiriert und ermutigt haben, erst auf das Siegerland-Kolleg zu gehen, mein Abitur zu machen und anschließend an der Uni Gießen Jura zu studieren. Geplant hatte ich diesen Weg sicherlich nicht. Und ich bin sehr dankbar und froh um jede einzelne Station meiner Ausbildung und Bildung. Jeder Abschnitt hat mich andere Dinge gelehrt, die mir später weitergeholfen haben. Geplant hatte ich auch nicht, mich einmal für einige Jahre vom Richteramt beurlauben zu lassen, weil mein Mann, Frank-Walter Steinmeier, zum Bundespräsidenten gewählt wurde. Aber auch diese Aufgabe ist sehr bereichernd. Ich treffe viele interessante Menschen, derzeit natürlich hauptsächlich online, lerne viele beeindruckende Initiativen und Einrichtungen kennen und ich kann mich für Themen stark machen. Eines dieser Themen, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, sind Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Gerade in diesen ganz besonders herausfordernden Zeiten der Pandemie leidet beides. Und so möchte ich Ihnen und Euch Mut zu sprechen. Versucht das Beste aus der Situation zu machen und gebt vor allem die Hoffnung nicht auf. Von den verschiedenen Verbänden, mit denen mein Mann und ich im letzten Jahr genau zu diesem Thema ein Gespräch hatten, weiß ich, dass auch Ihnen und all den Unternehmen und Betrieben in Deutschland das Thema Ausbildung gerade auch jetzt ein sehr, sehr wichtiges Anliegen ist. Wir alle glauben an Ihre und Eure Zukunft und ich wünsche von Herzen alles erdenklich Gute und viel Kraft für die vielen individuellen Wege durch die Ausbildung und ins Berufsleben.